Nachfolgendes Video stellt nicht zwangsläufig die Meinung des Knallbetreibers dar. Ferner ist der Inhalt durch universelle, freie Meinungsäusserung geschützt. Der Inhalt zeigt die Kunstfreiheit und eine objektive Kritik des Erstellers. Die Zensur von Gedanken wird verachtet und widerspricht der Demokratie. Das Video hat auch einen Lehr- und Bildungsauftrag. Geschützt ist der Inhalt dadurch anhand folgender Gesetze. US Copyright Act § 107 BRD Urheberrechtsgesetz § 51 Schweizer Urheberrechtsgesetz § 25 Österreichisches Urheberrechtsgesetz § 46 Unterenglische Design and Patents Act 1988 Sektionen 29 und 30 Warnung! Verweichlichte religiöse Gefühle könnten verletzt werden. Willst du keine Kritik an der Religion Islam hören, solltest du das Video jetzt ausmachen. Hallo, hier sind meine 17 gut gemeinten Ratschläger an alle diejenigen, die an einen persönlichen Gott glauben und was sie einem Ungläubigen eher nicht sagen sollten. Und das Ganze ist auch noch alphabetisch sortiert von 1 wie Agnostiker bis 17 W, was wenn sie falsch liegen. Fangen wir aber gleich bei 1 an. Sie sind doch Agnostiker und kein Atheist. Nun, zunächst einmal bin ich Mensch, ein Mensch, der keine Götter braucht in seinem Leben. Ein Mensch plus ein persönlicher Gott ist ein Theist von Theos mit Gott. Und ein Mensch ohne was ist einfach nur ein Mensch. Das heißt, ich bin eigentlich nur ein Mensch, weil ich keinen Glauben an irgendwelche Götter habe. Theisten, also die mit den Göttern, wollen aber, dass ich mich als Nicht-Theisten, also Atheist, bezeichne. Also als etwas, was ich nicht bin und was ich nicht mache. Ich bin also, na gut, ich bin ein Atheist. Ein Mensch, der nicht an Götter, an die Existenz von Göttern glaubt. Aber das ist dann auch schon alles, was einen Atheisten ausmacht. Ich bin damit weder Wissenschaftler, wissenschaftsergeben, noch sonst irgendetwas. Ich bin aber gleichzeitig auch Agnostiker, weil ich ein Mensch bin, der etwas nicht weiß. Der Atheist glaubt nicht und der Agnostiker weiß nicht. Ich kann also gar nicht wissen, also mit Sicherheit behaupten, dass es keine Götter irgendwo gibt. Also stelle ich auch gar keine Behauptungen auf. Und schon gar nicht, dass es keine Götter gibt. Wobei, es ist wichtig, mal zwischen ich glaube nicht, dass Ex existiert und ich glaube, dass Ex nicht existiert, dass da mal unterschieden werden muss, da das zwei grundlegend verschiedene Aussagen sind. Und weil ich weder Vorbilder habe, noch Verehre, noch religiöse Ziele verfolge und auch keiner Doktrinen folge, bin ich auch keiner Religion zugehörig und praktiziere keinen Atheismus. Zwei. Beten. Beten hilft? Es ist noch nie bewiesen worden, dass Beten ein konkretes, handfestes Resultat hervorbringt. Ähnlich wie Meditation kann ein Gebet aber durchaus ein Innehalten an einem stressigen Tag bedeuten. Also einen durchaus emotionell positiven Effekt für den Betenden haben. Zwei. Sie haben doch keine Beweise gegen Gott. Ja, das stimmt. Nur es gibt auch keine Beweise, dass es keine Osterhasen gibt oder Rumpelstielzchen. Als Ungläubiger stelle ich auch gar keine Behauptungen auf. Ich muss also gar nichts beweisen. Weil nur derjenige, der Behauptungen aufstellt, diese auch beweisen können muss. Also muss derjenige, der behauptet, es gäbe einen Gott, dies auch beweisen können. Sonst wird das, was ohne Beweise behauptet wird, auch ohne Beweise abgelehnt. Vier. Sie sind blind gegen Gott. Wer blind ist, kann das, was vorhanden ist, nicht mit den Augen erfassen. Wenn sich aber etwas versteckt, ist es doch egal, ob man blind ist oder nicht. Wenn etwas existiert, dann kann man es auch mit anderen Sensoren erfassen, also auch ohne Augen. Oder glauben Sie etwa, dass ich mit Absicht blind bin? Wenn dort ein Gott wäre, müsste er oder sie oder es sich doch nicht verstecken vor mir. Nur, um mir eine auszuwischen. Fünf. Sie sind böse oder sauer auf Gott. Das ist ziemlich albern, da ich ja nicht böse auf etwas sein kann, was es gar nicht gibt. Sechs. Sie wollen nicht glauben. Viele Gläubige ersetzen das Wort Glauben durch Hoffnung oder Vertrauen. Das macht es aber nicht besser. Und ich glaube alles das, was der Realität entspricht. Ich glaube das, wozu ich einen Anlass habe, es zu glauben. Ich glaube, dass es irgendwann regnet oder dass die Sonne aufgeht, weil ich dazu einen Grund habe. Wenn ich etwas nicht bestimmen kann, sage ich, ich weiß es nicht. Und die Behauptung, ein Schöpfergott habe das Universum mit allem erschaffen und kreiert, ist in meinen Augen eher kindisch und albern, da es keiner mit Bestimmtheit behaupten und beweisen kann. Also müsste es für ehrliche Menschen heißen, ich weiß es nicht. Sieben. Sie hassen Gott. Siehe oben. Ich kann nichts hassen, wenn das gar nicht existiert. Genauso wenig kann ich einen Gott leugnen. Acht. Mensch. Sie kommen doch in die Hölle. Okay, das ist lieb, aber unsinnig. Es gibt ja für mich gar keine Hölle, in die mich ein irrealer Gott stecken kann, egal wie gütig er angeblich sein könnte. Also ist das eine leere, ziemlich alberne Drohung, genau wie ein Himmel keine Belohnung darstellt, egal wie toll die Ausstattung ist. Und zur Neuen. Sie haben doch ein leeres Leben. Ihnen fehlt doch etwas. Nein, durchaus nicht. Wenn ein Gläubiger einen Gott oder eine Göttin braucht, um ein ausgefülltes Leben zu führen, dann ist das für mich eher traurig. Für mich ist Familie, Erfolg, Anerkennung, Freunde, Umfeld und alles um mich herum ausreichend. Wichtig für mich ist mein Bemühen, die Welt ein kleines bisschen verbessert zu haben. Das ist Erfüllung. Jeden Sonntag oder Freitag in eine Kirche oder Moschee oder Tempel zu latschen und irgendwelche Rituale nachzumachen, ist doch eher peinlich und wenig geeignet, mich zu befriedigen oder anderen Menschen irgendwie zu helfen. 10. Lesen Sie doch mal die Bibel oder den Koran. Auweia. Ungläubige kennen die religiösen Texte meist besser als die Gläubigen, die sie eigentlich kennen sollten. Eine wissenschaftliche Studie hat das unlängst mit richtigen Daten belegt. Und bevor ich mich mit idiotischen Behauptungen blamiere, lese ich doch erstmal, worum es geht und informiere mich auf verschiedene Weisen. 11. Sie haben doch keine moralische Referenz. Uff, naja, wie jeder Mensch auch, bemühe ich mich um soziale Integration in mein Umfeld. Das bedeutet, dass meine persönliche Freiheit genau da aufhört, wo die persönliche Freiheit eines anderen Menschen beginnt. Und das ist schon seit Anbeginn der Menschheit so. Andere Tiere haben ja auch moralische Verhaltensweisen, ohne jemals ein Buch gelesen zu haben. Wir Menschen sind in allen Belangen gleichberechtigt, egal wie wir aussehen. Wenn ein Gläubiger einen tausend Jahre alten Text und einen Gott braucht, um sich nicht völlig asozial zu verhalten, ist doch eher bitter. Dazu kommt, dass diese alten Texte nicht in das 21. Jahrhundert passen, da sie zum Beispiel Sklavenhaltung befürworten, menschenunwürdige Bestrafungen beinhalten und extrem frauenfeindlich sind. Gott sei Dank sind Gläubige meist besser als ihr Gott und die dazugehörigen Texte. Das bedeutet, dass meine moralische Referenz die Gesellschaft und meine Gene sind. Und damit fahre ich sehr gut. 12. Sie brauchen ein offenes Herz Nee, mein Herz pumpt Blut und ich denke mit dem Gehirn. Ich weiß aber, was gemeint ist. Ich kenne die medizinischen Vorstellungen der Antike. Mein Verstand ist so flexibel und so tolerant, dass ich Neuem durchaus gegenüberstehe. Außerdem, ich meine, es wäre doch cool, einen Gott zu haben, der die Leute bestraft, die sich da auf der Autobahn vorbeidrängeln und dann vorne reinquetschen. Oder alle die, die andere Menschen belügen und betrügen. Aber leider gibt es diese höhere Art der richterlichen Instanzen nur im Comic. Wenn aber jemand Beweise hat, die eine Existenz seines Gottes belegen, bin ich aufgeschlossen genug, diese Belege zu akzeptieren und die Existenz dieses Gottes anzuerkennen. Und dann bedürfte es keines offenen Herzens mehr, da ja Fakten vorliegen. 13. Satan oder der Teufel spricht aus ihm. Nee, nicht wirklich. Es gibt gar keine Beweise für die Existenz eines Teufels, genauso wenig wie es Beweise für die Existenz von Göttern gibt. Außerdem, überlegen Sie doch, der müsste doch ziemlich bescheuert und unlogisch sein. Wenn er wirklich die Hölle als feuerspeiendes Ungeheuer verkauft mit Folter und alles und nicht als angenehme Pulver, da würden dann doch viel mehr Leute hin pilgern. 14. Ihnen fehlt doch der Sinn des Lebens. Nein, wohl kaum. Wieso soll einem Gott die menschliche Verehrung so sehr am Herzen liegen? Ist dem islamischen Gott der Anblick von Tausenden oder Millionen von Hintern, die in den Himmel gereckt werden, wirklich so erfreulich? Wenn Jesus wirklich an einem Kreuz zu Tode gefoltert wurde, wäre doch ein Kreuz nun wirklich das Letzte, was er sehen möchte, oder? Wenn der Sinn des Lebens sein soll, als Göttersklave siebenmal um einen schwarzen Stein zu besen oder einen Monat lang das Mittagessen wegzulassen, dann ist das eher bescheuert und entspricht nicht meiner Vorstellung von Menschenwürde. 15. Sie scheuen die Wahrheit und den wahren Glauben. Das Wort Wahrheit wird hier über Gebühr beansprucht. Menschen vor 3000 Jahren oder so haben die Wahrheit gesagt, als sie unseren Planeten als Scheibe bezeichneten. Das war damals Wahrheit. Sie wussten es nicht besser. Sie haben also nicht gelogen. Damals haben die das wirklich geglaubt. Also Wahrheit ist etwas, was der Realität entspricht und dann sowohl bewiesen als auch widerlegt werden kann und was Vorhersagen ermöglicht. Bei Göttern und deren Auswirkungen, egal welcher Art, geht das alles gar nicht. Es ist also nicht, dass ich nicht glauben will oder die Wahrheit scheue, sondern dass es nichts gibt, was ich realistisch glauben kann, wenn es um Götter geht. Das Wort Wahrheit wird hier also mit Füßen getreten, da es hier lediglich um falsche Behauptungen und Lügen handelt. Als ob da was falsch gegangen sein muss, dass ich nicht an etwas glaube ohne guten Grund. Ich glaube alles, wozu es einen Grund gibt. An Götter zu glauben, das macht keinen Sinn. Es ist irrational. Es gibt keinen Grund, dies zu tun. Und warum glaube ich nicht, dass Captain Kirk oder James Bond echte Personen sind? Eben weil es keinen Grund gibt, dies zu tun. Deswegen ist die Nicht-Anerkennung von James Bond dann keine Lebensanschauung oder mit irgendwelchen Konsequenzen behaftet. Ein Baby kann keine Sprache und kennt keinen Gott. Dies muss erlernt werden. Genauso muss man sich, komischerweise heute noch, als aufwachsendes Kind mit metaphysischen und übernatürlichen Wesen auseinandersetzen, sodass man dann irgendwann entscheidet, ob man an Gespenster glaubt oder einen Gott braucht. Oder eher nicht. Und dann die 17. Was ist, wenn sie falsch liegen? Gar nichts. Was soll denn da sein? Wenn es aus unerfindlichen Gründen doch noch einen dieser Götter geben sollte, dann kann ich doch nicht verurteilt werden, weil ich mit meiner Intelligenz das Gehirn benutze, um kritische Fragen zu stellen. Bei den Gläubigen ist das sehr viel schlimmer. Weil die haben sich ja einen der vielen tausend Götter rausgepickt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das der richtige ist, ist ziemlich gering. Der richtige Gott dürfte also ganz schön sauer sein, weil die Armen ja den Falschen angebetet und sich ihm angedient haben. Na, Prost Mahlzeit! Also, wenn ich mir das alles angucke, als Mensch bin ich doch bemüht, ein anständiger Mensch zu sein. Ich rauche nicht mehr, ich trinke kaum Alkohol und von Cannabis wird mir sogar schlecht. Ich morde und vergewaltige nicht, ich halte keine Sklaven, ich verbrenne oder köpfe keine Menschen. Dazu habe ich viel zu viel Mitgefühl, auch ohne einen Gott. Und sobald mir jemand und sei es nun Gott selber einen guten Grund liefert und Fakten, warum ich an Götter oder auch nur einen bestimmten Gott glauben soll, dann bin ich voll dabei und habe immer ein offenes Ohr für gute Argumente oder Erklärungen. Aber vorher bitte nicht.